Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warhammer Women Teil 2. Ich spiele jetzt mal den Warrior Priest. Warrior, kann sich aussprechen, den Kriegspriester Sigma. Ah, Speedrank, nehme ich mit, bis ich zum Grimoire komme. Ich glaube, ich habe den Hammer für die Packmaster. Und den Flegel hier für eigentlich alles andere. Ja, ich dachte, da kommt gerade irgendwas angesprungen, was mich töten will. So, und ich laufe mal hier direkt zu dem wunderbaren Julianten. Und dann komme ich mal zurück. Ich hätte jetzt schnell das nutzen sollen hier mit dem Buch. Habe nicht dran gedacht. Ich na. Gut, laufe ich mal ein bisschen hier lang. Ich habe irgendwie Lust, hier in Dingen zu gucken. In den Fluss hier zu den Wagen. Da gibt es ja wieder was mitzunehmen. So, und jetzt schnell hier raus. Ich muss ja wieder gefühlt einen Kilometer zurücklaufen. Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Okay, so viel dazu. Ich stelle mich mal wieder super toll an. Sollte es einfach generell lassen. Oh nein, jetzt schlagen auch noch die ganzen Kleinen auf mich drauf. Ich bin so gut wie instant tot, oder? Bei der Hälfte. Werd jetzt langsam aufgehoben. Oh Gott, ist viel zu viel los. Lauft euch erstmal frei. Dankeschön. So, jetzt habe ich aber den, die verdammte Hookart hier. Ja, die leichteren Kruppen sind eigentlich auch ganz gut hier mit dem X-Priester. Ich müsste nur mal ein bisschen besser spielen. Letzte Folge war eigentlich ziemlich cool gewesen. Da war der Anfang richtig nice mit dem Bounty Hunter. Ja, wer hat gefragt, wo hat gefragt? Ja, ich komme zu dir. Ich laufe jetzt nochmal zurück wegen dem Heilungsrang. Ich dachte eigentlich, Kruber wollte den Lila haben. Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Dankeschön. Ich wollte Danke sagen. Und ich gebe mal Kyrillian den Dingspot hier. Dann kann sie mal gleich, wenn ich mal ein bisschen näher ankomme, die Monster direkt mal löschen. Ah, die rennt einfach weg. Wahrscheinlich hat sie eben hier 5% Bewegungsgeschwindigkeit noch drauf. Oder? Ne, hat sie nicht. Ich bin einfach nur scheiße langsam. Wahrscheinlich von irgendeinem Talent gibt es auch 10% immer. Ah, komm, ich tränke den auch noch. Wie viele Heil tränke ich brauche, um voll zu heilen. Ist ja erwärmlich. Ich bin mal gespannt, wenn Simon hier mal wieder dabei ist und Kriegspriester spielt. Eigentlich ist der ja richtig geil. Nur, ich habe mich mal wieder gerade eben super angestellt. So, okay, dann kann ich endlich mal hier den Trank weitergeben. Jetzt habe ich zwar einen Sienna gegeben und nicht einen Kyrillian, aber was soll's. So, hier oben kann ich gut was reißen. Okay. Munition gäbe es da. Das Gedöns kennen wir ja schon alles. Wie man das andere da hinten kommt. Und ich mache jetzt mal hier eine eine Fotopose. Das kann ich auch dann endlich mal machen. So, weiter geht's. Hier sieht es so arm aus, breite T-Pose. Oh, Mann. So, ich will wirklich mal schnell hier hin. Da kommen nicht alle hoch. So, ich hätte das Schild einsetzen sollen. Ich bin ein bisschen dämlich gerade. Tut mir leid. Bin auch gewohnt, im normalen Souls-Bayer zu spielen. Noch nicht einmal das Schild eingesetzt. Hätte schon Minimum fünfmal gefühlt machen sollen. So, ich gucke mal, ob ich irgendwas mitnehmen kann für uns. Aber hier gibt's nichts. Hier drin weiß ich nicht, ob es da was gibt. Das müssen wir gleich sehen. Oh, auch nichts. Okay. Okay. Okay, wenn jemand hilft, komme ich auch mal hier hinten mit. Na, okay. Gegen den kann ich nicht wirklich viel machen. Ich versuch mal hier den... Was ist denn das? Ein Rad-Urga. Oh, oh, das ist nicht gut. So, das schaffen wir, das schaffen wir. Jawohl, hat irgendwie ganz gut geklappt. Okay, und jetzt kann ich mir mal den... Das Grimoire unter den Nagel reißen. Und dann... Sehen wir mal, wie gut es danach weitergeht. Ich glaube, ein Monster haben wir. Sollte kein zweites kommen, aber... Mich überrascht nichts mehr. Okay. Hätte kurz gedacht, ich könnte die hier mit einem von oben ausschalten, aber... Dem ist nicht so. Ne, ich bin nur mit einem... E-Mann hier schnell, wenn ich... ...meine Schilder aufgebe. Oh, jetzt ist die Kerze, die ist mir noch nicht aufgefallen. Also, da oben wäre noch ein Heiltrank. Sienna springt vorbei und nimmt ihn nicht mit, finde ich auch gut. Okay, Krobatien perfekt. Diesmal geht's nicht rechts lang, sondern geradeaus. Aber die Salvenabbrust wollte ich eigentlich auch schon mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob ich die in Rot habe. Muss ich mal gucken. Okay, wir sind alle beieinander. Und da hinten ist eine Patrouille. So. Ich habe das Gefühl, dass hier uns gleich in den Hintern fallen wird. Wenigstens kann ich hier schön drinnen stehen bleiben. So, ich ziehe mal schnell zu Kuba. Ich habe das Gefühl, da kommt einiges von vorne. So, das reicht erstmal. Ich weiß nicht. Ich finde den... ...Legel hier einfach cooler. Habe ich irgendwie lieber. So, nur eine Frage, dass hier wieder kommt. Okay. Ja, wenn man den richtigen Moment findet, dann kann man den auch besser nutzen. Äh, äh, äh. Hier den... ...Pflege. Wenn man richtig abwartet. Also, wenn man hier nicht ganz jetzt so... ...sondern immer so einschwingen macht, quasi. Immer wenn die Schilder auftauchen, kann man... ...da mit dem schweren Schlag raus. Das ist dann schon relativ flott. Na ja. Sollte ich es irgendwann mal schaffen, besser einzusetzen, dann... ...werdet ihr es... ...sehr wahrscheinlich sehen. So, jetzt kommen wir hier runter. Ich lege mal den Hebel um. Dann kommen wir an das zweite Grimoire hier hinten. So. Und der dritte Foliant ist dann hier hinten oben draußen. Den habe ich eine lange Zeit nicht gefunden. Ich bin immer hier so... ...lalala, gerade ausgelaufen. Aber der ist da hinten unten. Ja, wo es hier gerade hingelaufen ist. So, dann kommt noch ein Stormwind. Ich gucke mal, ob hier oben vielleicht ein Beutenwürf drin ist. Aua. Ja, ich glaube aber, ich habe auch die Musiken... ...bisschen zu laut für den Moment. Nicht runterfallen und auch nicht dem Ding ganz hier stehen bleiben. Bisschen zu laut, um alle Schläge zu hören, die auf mich kommen. Das ist ja alles geplant. So, ich laufe immer hinten lang, um nochmal in die Kiste oben zu gucken. So. Und diesmal bin ich ja sogar halbwegs brauchbar. So, ziehe ich mal schnell hier weiter. Und der ging voll daneben, der eine Schlag hier. Nice. Okay, da kam mir noch so ein Schild entgegengeflogen. Ich hoffe, Gruba nimmt das mit. Aber ich lasse Massien da hinten nicht in Ruhe. Also nicht alleine. Na ja, ich mache mal direkt hier mit den Schilden weiter. Ich hätte einfach nur blocken sollen. So. Weg mit dir. Der steht noch auf. Das war kein vernichtender Schlag gewesen. Na ja, komm, spiel mit dir ein bisschen. Na doch, mit dem Schild kann man relativ flott blocken. Na gut, Ferneingriff kann ich sowieso nichts machen. Wenn sie reinfliegt, dann gebe ich ihr... Ups. Ich hoffe, ich fliege genau raus. So, kann ich jetzt nochmal zu Ende zielen? Jawohl. Aber ich finde es gut, dass es genau ausreicht. Bei dem Blightstorm. So, mal gucken, wo ist denn die Kano-Gugel. Ich hoffe, hier hinten, wo ich hinlaufe. Und hopp. Okay, ihr feuert nochmal ab. Und ich mache dann hier Kano-Gugel hoffentlich. Ah, Truhe. Die leer ist. Nein, nein, nein. Ah, okay, schade. Okay, dann. Ich kann nicht helfen. Okay, Gruber schafft es. Und jetzt bin ich gespannt, wo... ...die Kano-Gugel gleich kommt. Jawohl. Okay. Na, da unten. Dann gehe ich mal schnell da hin. Nimm die mir mal unter den Arm. So, ich muss aber mal hier runter. Ich lade hier oben die ganze Zeit hin und her. So. Kann ich wenigstens noch eine Bombe mitnehmen. Genau, die Bombe. Krillin ist gestorben. Wie es aussieht. So, dann werfe ich mal hier rein. Okay, und Gruber holt dann Krillin gleich. Äh, nee, Gruber ist gestorben. Und, ähm, Krillin ist am Leben. So rum. Nutzt hier alles zu meinem Vorteil. Schnell hier runter. Und... Ja, ich wollte ihn eigentlich freilassen. Ich habe ihn irgendwie zweimal freigelassen. Jetzt warten wir noch auf Krillin hier. Vielleicht spawnt er auch ganz am Ende oder irgendwo anders. Da bin ich mal gespannt drauf. Er hat selber keinen Plan, wo er hin will. Dann nichts, nichts wie weg hier. Und noch eine Bombe für... Die Redling da hinten. Und jetzt kommen wir hier ganz gemütlich durch. Nice. War mal wieder eine entspannende Runde. So, wir kommen zurück. Oh, ich habe wieder mein Dingsnir nicht gesetzt. Äh, ich bin so... ...ein Idiot. Ja, ich bin so dämlich, die ganze Zeit, das Buch einzusetzen. Viel zu dämlich. Aber ja, nach den zwei Desasterfolgen und der, die relativ gut ging, außer der Anfang, bin ich mal gespannt, was ich dann noch fabrizieren werde in der nächsten Folge. Aber ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oben gibt es, wie gehabt, die Playlist. Äh, die Woche gibt es... Ich weiß nicht, ob es ein wöchentliches Event noch gibt. Es gibt gerade nur dieses, ähm, kritisch Bombenträger, was ich nicht so geil finde. Aber ja, wir gucken mal, was dann nächste Woche kommt. Und von daher wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Und bis demnächst. Tschüss, tschüss.